Der Weltfußballer ist heiß auf die neue Saison. Nach der verkorksten WM mit Portugal zeigte sich Cristiano Ronaldo bei einer PR-Veranstaltung in Tokio optimistisch, mit Real Madrid eine neue Rekordsaison zu spielen. Es war eine fantastische Saison für mich und diese Spielzeit soll genauso werden. Wir werden das Supercup-Finale spielen und haben die Möglichkeit, fünf oder sechs Titel zu holen. Das ist überragend. Wichtig hierfür ist der Saisonstart in der Liga und im europäischen Supercup. Dort wartet der erste Titel der Saison. Im spanischen Duell trifft Real auf den Europa-League-Sieger FC Sevilla. Meine Verletzung ist ausgeheilt, ich fühle mich gut. Ich möchte in einer guten Verfassung in die Liga starten und das Finale spielen. Wie jedes Jahr möchte ich wieder die ganze Saison alles geben, versuchen der Beste zu sein, um meinem Team mit Toren zu helfen. Ich möchte viele Titel sammeln, das ist jedes Jahr mein Ziel. Der Superstar ist fit und sprüht vor Tatendrang. Mit Weltmeister Toni Kroos und Superstar James sollte für die Königlichen mehr als nur ein Titel möglich sein.